So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Infofolge Pokémon GO. Eigentlich habe ich für 20 Uhr jetzt kurz eine Premiere geplant gehabt, da wollte ich ein Unboxing zeigen, das allererste Unboxing jetzt hier aus der Wohnung. Na, Yantik macht mir wieder einen Strich durch die Rechnung und haut jetzt die Info raus, beziehungsweise bestätigt die Gerüchte, Megarei Quasa erscheinen in Pokémon GO zum GO-Fest. Wie genau, können wir uns jetzt hier angucken. Megarei Quasa erscheinen in Pokémon GO. Ihr könnt euch ja mal kurz die Ohren zuhalten und euch diesen Trailer hier reinziehen. So, kurz und knackig, Megarei Quasa arrives in Pokémon GO. So, Trainer, die Wolken reisen auf und ein riesiges Pokémon steigt vom Himmel herab und es ist kein anderes als das Himmelhoch-Pokémon Megarei Quasa, das beim GO-Fest zum ersten Mal im Pokémon GO erscheint. Ihr könnt Megarei Quasa zuerst beim GO-Fest Live-Event London, Osaka und New York begegnen. Anschließend gibt es Megarei Quasa beim GO-Fest Global. Da gibt es ein weltweites Debüt. Also ihr müsst nicht unbedingt dort vor Ort sein bei den ganzen Sachen. Ihr könnt gemütlich also warten, bis das globale Event erscheint. Ihr braucht dazu natürlich auch kein Ticket, denn die Raids sind ja sowieso für alle da. Selbst also ohne Ticket kann man diese Raids machen. Ihr kriegt mit dem Ticket nur ein paar Raid-Pässe, die ihr nutzen könnt für diese Raids. Und die meisten Leute interessieren sich beim GO-Fest sowieso hauptsächlich auch für Raids, da sie an bestimmte Stellen fahren, wo viel los ist, für das GO-Fest extra irgendwo mal wegfahren, weil das ein ganz besonderes Erlebnis immer ist und dort auch viele Mitspieler treffen und haben. Wie wir das alles machen dieses Jahr, weiß ich nicht. Ich kann ja extra nicht weg und zum GO-Fest global irgendwo hin. Wir haben es ja letztes Jahr in Gera gemacht, dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Dieses Jahr gibt es gar nichts. So, eine bestimmte Voraussetzung muss erfüllt werden, damit die Mega-Entwicklung für dieses mächtige Pokémon ausgelöst werden kann. Im Folgenden findet ihr weitere Informationen dazu, wie ihr Rayquaza begegnen und seine unglaubliche Kraft entfesseln könnt. Bei Groudon und Kyoko, das waren ja Prototypen, gab es ja statt die normale Mega-Energie, die Proto-Energie. Das hieß an sich nur anders, das ist ja jetzt hier kein Proto, das ist ja wieder eine Mega. Trotzdem muss das anders sein, denn hier steht. Passt auf. Eine kometenhafte Entwicklung, anders als bei anderen Mega-Pokémon, muss eine besondere Voraussetzung erfüllt werden. Wenn ihr die Mega-Entwicklung bei Rayquaza auslösen möchtet, muss es zuerst die Ladeattacke Zenith Stürmer erlernen. Zenith Stürmer kann nur mit Hilfe eines neuen Items erlernt werden. Den Meteoriten. Ein besonderes Item für eine besondere Ladeattacke. In Pokémon Go wurden Meteoriten entdeckt und es scheint, als würden sie mit Rayquaza in Verbindung stehen. Verwendet einen, um Rayquaza zu neuen Höhenflügen zu verhelden. Ihr könnt ein Meteoriten einsetzen, um Rayquaza die Ladeattacke Zenith Stürmer beizubringen. Meteoriten können durch das Abschließen besonderer Feldforschungsaufgaben beim Go Fest gesammelt werden. Neue Boni. Die Pokémon anderer Trainer richten in Raidkämpfen und Arenenkämpfen mehr Schaden an, wenn Mega-Rayquaza im Kampf aktiv ist. Attacken vom Typ Flug, Psycho oder Drache richten sogar noch höheren Schaden an. Wenn bei Rayquaza die Mega-Entwicklung ausgelöst wurde, erhaltet ihr beim Fangen von Flug, Psycho oder Drachen-Pokémon zusätzliche EP und Bongbongs, sowie eine erhöhte Chance XL-Bongbongs zu bekommen. Wie bei anderen Pokémon mit Mega-Entwicklung steigt der Mega-Level von Rayquaza mit jeder ausgelösten Mega-Entwicklung, wodurch neue Boni freigeschaltet werden. Live Events beim Go Fest 23 Mega-Rayquaza erscheint beim Go Fest 23 während der Live-Events in London, Osaka, New York zum ersten Mal bei Raidkämpfen. Raidkämpfe mit Mega-Rayquaza finden während des Events in den Gastgeberstätten statt. Zwar können alle von euch Mega-Rayquaza bei Raidkämpfen herausfordern, aber ihr erhaltet dafür nur Mega-Energie, wenn ihr ein Ticket erworben habt. Also für die Spoofer, die jetzt dahin sich teleportieren und da einfach kämpfen, die kriegen keine Mega-Energie. Für die Leute, die sagen, kann mich jemand einladen zu Mega-Rayquaza, das kann man machen, aber ihr erhaltet keine Mega-Energie. Außer ihr habt ein Ticket. Ihr könntet also, obwohl ihr nicht in London seid, euch trotzdem ein Ticket kaufen und euch von euren Freunden, die in London sind, einladen lassen und bei den Raids trotzdem Mega-Energie bekommen. Lohnt es sich aber ein Ticket zu kaufen? Nur für Mega-Energie muss man vielleicht nicht unbedingt. Ticket-Inhaber können außerdem eine exklusive Spezialforschung abschließen, während sie die Gastgeberstatt erkunden und mehr über die Funktionsweise der Mega-Entwicklung erfahren sowie Belohnungen wie Meteoriten verdienen. Ihr kriegt also mit dem Ticket sowieso schon auch Meteoriten, die ihr nutzen könnt für die Attacke, mit der Attacke ihr das dann auch entwickeln könnt, die ihr aber trotzdem zusätzlich immer noch Mega-Energie braucht. Also Mega-Energie, leider, reicht nicht. So, nur Trainer mit Tickets für die Live-Events London, Osaka, New York erhalten beim GoFest 23 Meteoriten sowie die Möglichkeit, Rayquaza mit Lada-Attacke Zenitstürmer beizubringen und Rayquaza-Mega-Entwicklung auszulösen. Wenn ihr kein Ticket für die Live-Events erworben habt, könnt ihr diese Dinge beim GoFest Global tun. GoFest Global, da geht es nämlich jetzt weiter. Am Sonntag, dem 27. August, könnt ihr alle die Macht von Mega-Rayquaza nutzen, wenn es beim GoFest 23 sein weltweites Debüt gibt. Braucht man halt wieder Geduld, muss man wieder warten, aber am 27. August, hier steht halt nichts vom Samstag, das heißt Samstag wird wieder der Tag sein, wo die Leute halt ihre Habitate erforschen, stündlich wechseln die Pokémon, Shiny-Hunts, Sammler-Herausforderungen, alles mögliche. Sonntag, wo über den ganzen Zeitraum alle Pokémon gleichzeitig aktiv sind, wo man auf Reste aus ist, wird der Tag wieder mal im Schatten der Raids stehen, wieder mal ist das dann das Highlight von allen. Wenn ihr euch am Sonntag, den 27. August, während dieses Events anmeldet, könnt ihr eine Spezialforschung abschließen, bei der ihr als Belohnung ein Meteorit bekommt. Ticket-Inhaber erhalten eine erweiterte Spezialforschung, für die ein zusätzlicher Meteorit und andere Belohnungen winken. Weitere Informationen gibt es auf der Website zum Event und das ist eigentlich schon alles. Jetzt natürlich die Frage, freut ihr euch auf Mega-Rayquaza? Habt ihr schon ein gutes Rayquaza? Ich hab ein Hunder da, was ich natürlich dann versuchen würde, das ist ja schon auf Level 50 gepusht, Mega zu entwickeln. Ich würde wieder gucken, dass ich ein männliches Hunder da und ein weibliches Shiny mal Mega entwickle, dass ich das beides hab, dass man das auch sieht, denn das gibt's ja sicherlich als männlich, als weiblich. Dann könnt ihr Shiny entwickeln, ihr könnt ein gutes entwickeln, ihr könnt entwickeln, was ihr wollt, so wie eben bei Proto-Groudon, Proto-Kyokre. Die fand ich richtig cool, mit denen hab ich bisher aber noch nichts gemacht. Mit Mega-Rayquaza, keine Ahnung, ob ich mit dem auch irgendwas mach. Mein Ziel wird natürlich dann wieder sein, das auf Mega-Level 3 zu pushen, da also genügend Energie zu sammeln und so Meteoriden. Freut ihr euch? Habt ihr Bock? Wenn ihr kein gutes Rayquaza bis jetzt habt, könnt ihr die Möglichkeit natürlich auch nutzen, aus einem Mega-Rayquaza-Raid ein gutes Rayquaza zu ziehen, mit gutem EV. Au. Gleichzeitig immer noch auch Bonbons sammeln, XL sammeln und dann eben diese Meteoriden. So, also keine Premiere heute. Es ist 19.30 Uhr, dafür gibt's halt dann jetzt hier dieses Rayquaza-Video reingeschmiert. Peace out Vorhaut, euer Ramses. Peace out Vorhaut. Vielen Dank.